moin moin und da sind wir wieder so wir sind so ein bonus event und das müssen wir abgeben bei dem bräusebau hier unten angegeben der kanonenzahnräder wo krieg ich die gegner ein paar weg machen ja ich hoffe wir droppen sie durch wir kämpfen ja das ist gut das weiß ich es ja nicht aha keine ahnung, ich bin ihr da ok und dann alles ganz gut ja die können wir jetzt retzen ja ok jetzt schätze ich mal hier hin wehen achso das muss auch nicht jeder machen das reicht ich muss alle mit einmal machen ok gut ja 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 schön hier ist wieder eins hier ist wieder eins hier kann hier jemand anderes weiß es wieder ich kämpfe nicht die sind noch da aber habe ich schon jemand anderes hat es ich liege das ist mal wieder der schleim der hier nervt können wir gleich wieder hoch oder auch nicht ich bin ganz tot ok steh wieder ok steh wieder ja da sind da sind bögen und also waffen ja und aber jetzt ja 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 ok ok ja Da hinten ist der Taktiker, der repariert gerade Und wir müssen ihn überwachen, während er das tut, oder? Ja Elementarmagiermacht hier Große Mist Adler Ja, wie er es nun ist Egal, Adler Äh, das hier ist die Rügel, da sind wir schon wieder rum Ja, der Magier wahrscheinlich Schaut mich mal auf die andere Seite Ah Hier stehst du wieder Meine Güte Ja Ja Drecks Kanone ist ja nicht so erfolgreich Boah, das gab's nicht viel Ich hab auch recht mal los Was? Die Legenden abgeknallt Ja? Ja Ja, die Legenden sind tot Okay Das ist mal eine gute Kanone Gibt's ja auch vielleicht als Letzte hier für den Arm Äh, wo müssen wir denn längst? Ach, nach 7 Irgendwie Äh... Hier, ne? Ja Doch Ich wissen nicht, ne, doch nicht Ja, ja, ja Ach so, da könnte man Ach so, da unten durch Ja, 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 ja Also, man könnte die Legenden auch komplett Ignorieren, wie es aussieht Ja, aber Na, woher die Knut ist das? Da können sie tot sein Dann können wir ja gar nicht unsere Scales zeigen Ja, ha Erstmal so, wie es Übermütige machen und dann noch die Profis äh... nicht machen müssen Ich weiß nicht, das war eigentlich nur Weihnachtsfeind sind zu 6 Das ist ja... Das soll ja einfach sein Ja, das wäre schon gegangen Ja Der hätte bloß keinen Bock drauf Ja Wir sind drauf für neue Links sind Spinnen... Keine Ahnung, wo lang Ob rechts oder links Ne, ich glaube runter Bei den Spinnen durch Ach so, ne, ich bin Das ist ja auch am Ende wurscht Zur Not haben wir alles um Sonst haben wir eigentlich viel gesammelt Glück Wow What the fuck, Alter Diese Ei Ich bin da und ne Ihr müsst mich... Geht nach oben Hält mir! Vereinung Aber was? Wir zu das... Bist du... Ja, 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 ja... ja das ist hier ist hier ist von gar nichts und hier hinten ist da wir müssen südosten südwesten von da aus hier geht es nicht weiter ich glaube auch dass man gesagt ja obwohl den sehenswürdigkeit haben wir jetzt doch dann geht es daraus bin zu blöd hinten war es doch genau wo in einer torus hier war dort ausgang ja ja da haben wir hinten hier wieder den kreis wie ich bin waren und die waffen auf uns warten also doch die waffen ließe weppen auch oh das machen aber ganz toll Wollen ja so lalala ich wollte es halt zehn tour hier ja ich weiß nicht so ganz geil aus wenn du hier mal so lang guckst und so ich hätte es aber auch gerne heile ja das habe ich aber genügend aber irgendwann kann man es nicht mehr sehen so jetzt ja wieder so ein gorilla die wohnen hier anscheinend und dein balken fortschritt geht voran ja ich nähe mich der hälfte so das sieht man doch ganz nach abschluss aus blutstein scherbe illusionist magier jäger ist dahinten versuche erstmal den illusionisten oder ja ich schaue mal ob ich den ranholen kann moment hier werden bestimmt hier muss es sein wo der blutstein zerschlagen wurde dies ist ein heiliger ort überwältigt von der verderbnis der drachen reinigt dies und lasst mich die alten runen lesen doch dann machen wir es mal schauen wir mal diese list oder nicht jetzt hier kommt auch alleine sehr freundlich dann geht der jäger moment zur seite etwas weiter jetzt bringt verstärkungen mit ja es sind alle im spiel adler ist weg aber ich glaube vielleicht kommt noch mal ein gegner auch war einfach hardcore dbs glaubt so war das irgendwie also so mit bannern und geistert das blutstein zwei war der umgekehrt das sind sie heute nämlich der kopf raus hier ohne mache ich hier wieder bei der lütze gleich reine cc ist auch immer gut also eigentlich wenn alle zusammenstehen dann reicht es auch wenn man dann retten kann sofort fantastisch die götter der menschen brachten den blutstein der seer nicht nur hierher sie steigerten sogar noch seine kraft dabei entzogen sie die energien seitan persönlich obwohl sie nichts von dem schlafenden alt drachen wussten ihnen war nur bewusst dass dies ein ort großer magischer kraft war und sie errichteten ihre göttliche stadt hier graustein was geschieht mit euch ich höre wie die steine mich rufen ich höre die stimmen der sechs götter und sie er ist böse achja das das ist jetzt mal ganz normal so der ender ja jetzt voll das ddr und ddr und alles immer auf der scherbe bleiben ja 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 das ging gut Ja, ja. Windbelohnung. Meiste von Arra abgeschlossen und noch irgendwas abgeschlossen. Ein Gold. Ja, nicht schlecht. Sehr schön. Ich weiß es nicht mehr. Dann an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ja, endlich.